Hallo, hier ist Sarah aus dem Team Berufsoptimierer. Heute spreche ich über das Thema Bewerbungsfoto. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber stimmt das auch für ein Bewerbungsfoto? Die Frage nach dem Foto in deiner Bewerbung ist so eine Sache. Es kursieren eine Menge wilder Theorien und erschreckende Berichte aus der Praxis, was ein Foto in der Bewerbung ausmacht oder eben anrichtet. Welche Mythen davon stimmen und welche ihre Berechtigung haben, können wir allein gar nicht sagen. Ich will es auch nicht unnötig kompliziert machen, aber es ist nicht zu unterschätzen, welche Bedeutung ein Foto von dir in deiner Bewerbung hat. Deswegen möchte ich dir heute ein paar Tipps und Denkanstöße zu diesem Thema geben und du schaust mal, was du damit anfängst. Wie immer ist alles gewissenhaft von mir recherchiert und durch unsere Praxis geprüft und ergänzt. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Jus ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist. 1. Bewerbungsfoto, ja oder nein, die Vor- und Nachteile. 2. Auf welche vier No-Gos du beim Thema Bewerbungsfoto achten solltest. 3. Vier Tipps für das perfekte Bewerbungsfoto. Also warum überhaupt ein Foto? Was sind die Vor- und Nachteile? Das Bewerbungsfoto ist laut allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz heute ein freiwilliger Zusatz in der Bewerbung. Also keine Pflicht. Es kann dich niemand zwingen, ein Foto in deine Bewerbung zu packen. Dennoch sehen Personaler und Personalerinnen weiterhin gerne ein Foto in deiner Bewerbung, weil es das Profil abrundet und zu einem Gesamteindruck deiner Bewerbungsunterlagen beiträgt. Ziel des Fotos ist es, auf den ersten Blick einen optimalen Eindruck zu erzeugen. Du willst zeigen, dass du perfekt zur angestrebten Position passt. Einmal optisch, weil du dich zum Beispiel angemessen kleidest oder eine seriöse Haltung einnimmst. Und zum anderen zeigst du indirekt, dass du passt, weil du beispielsweise sympathisch wirkst oder freundlich lächelst. Das ist aber gleichzeitig auch der Nachteil des Bewerbungsfotos. Denn sympathisch oder freundlich steht ja nicht auf deinem Foto. Gegen ein Bewerbungsfoto spricht also, dass sich Personalverantwortliche, wenn auch unterbewusst, von dem Bewerbungsbild beeinflussen lassen. Es kann zu Fehlinterpretationen kommen. Und du kennst das vielleicht auch. Du siehst jemanden? Zack, Schublade auf, rein mit der Person. Das geht manchmal schneller, als du denken kannst. Kritisch wird das natürlich, wenn dadurch beim Auswahlverfahren nicht mehr die wesentlichen Qualifikationen und Fähigkeiten entscheiden, sondern nur noch das Bild. Das hat dann auch nichts mehr mit Gleichstellung oder Fairness zu tun. Also was spricht dann für ein Bewerbungsfoto? Ein ganz praktischer Grund, wobei ein Foto hilft, dein Gegenüber kann dich im Vorstellungsgespräch wiedererkennen. Damit du weißt, was ich meine und wie unangenehm das Ganze sein kann, hier eine Story aus meiner eigenen Bewerbungsvergangenheit. Ich habe mich damals beworben und in meiner Bewerbung ein Foto verwendet, das schon ein bisschen älter war. Ganz konkret, auf dem Foto hatte ich eine Frisur mit einem Pony, den ich aber zum Zeitpunkt des Bewerbens nicht mehr hatte. Und beim Vorstellungsgespräch war das erste, was mir gegenüber sagte, ach, ich habe jetzt nach jemandem mit Pony-Ausschau gehalten. Ups. Und die unter euch, die auch schon mal eine Pony-Frisur hatten, wissen, wie lange es dauert, bis dieser rauswächst. Es war also offensichtlich, dass ich ein sehr altes Foto verwendet hatte und mir ist auch in dem Moment nichts eingefallen, wie ich mich hätte irgendwie charmant rausreden können. Daher merke dir, ein unpassendes Foto hinterlässt beim HR-Verantwortlichen wahrscheinlich einen eher schlechteren Eindruck als gar keins. Ja, kann ich dann das Foto nicht einfach weglassen, fragst du dich? Ja, das ist eine plausible Lösung. Es wird dich niemand aussortieren, weil du kein Foto mitschickst. Übrigens, nach einer Befragung von über 1000 Bewerbenden finden 52% der befragten Berufsanfänger in, dass ein Bewerbungsfoto in den Bewerbungsunterlagen verzichtbar ist. Und ich ganz persönlich finde das auch. Wenn du aber auf Nummer sicher gehen willst, habe ich hier einen simplen Tipp für dich. Prüfe in der Stellenausschreibung oder auf der Karriereseite des Unternehmens, ob etwas zum Thema Foto in der Bewerbung steht. Wenn dort nicht steht, dass du kein Foto in deine Bewerbung einfügen sollst, empfehlen wir dir, ein Foto in deinen Lebenslauf einzufügen. Am besten ein professionelles Foto. Aber warum? Zum einen, weil wir Menschen sind und unser Blick ganz automatisch immer auf andere Menschen fällt. Was meinst du, warum Menschen, die irgendwie fast immer perfekt aussehen, aber anderes Thema, Werbung für Produkte machen? Den gleichen Effekt hast du bei deiner Bewerbung. Aber warum ist das so? Menschen stellen Menschen ein. Das bedeutet, die menschliche Komponente spielt immer eine Rolle im Bewerbungsprozess. Es geht unter anderem um Sympathie, aber auch darum, eine Person möglichst gut einschätzen zu können. Mit dem Foto gibst du deinem Gegenüber die Gelegenheit, sich sprichwörtlich ein Bild von dir zu machen. Es gibt sogar Studien dazu. Man setzte PersonalerInnen eine Brille auf und trackt, auf was sie zuerst blicken. Und der erste Blick bei der Betrachtung der Unterlagen fällt auf das Foto. Und weiter, bei der Frage nach der Wichtigkeit, belegt das Bewerbungsfoto innerhalb des Lebenslaufs den dritten Platz. Wenn du mehr zu dieser Studie lesen willst, geh gerne auf den Link in den Shownotes, da habe ich dir auch noch eine zweite Studie hinterlegt. Und ja, diese Studien wurden nach der Einführung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 2006 durchgeführt. Hier nochmal die Vorteile zusammengefasst. Erstens, mit einem Bewerbungsfoto zeigst du eine persönliche Seite von dir. Du machst zweitens deine Bewerbung menschlicher. Drittens, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, in Erinnerung zu bleiben. Und viertens, hebst du deine Passung optisch hervor. Dabei spielt natürlich die Qualität des Bildes eine Rolle und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Vier No-Gos beim Thema Bewerbungsfoto. Wir haben jetzt schon geklärt, dass es bei einem Bewerbungsfoto darum geht, eine persönliche Seite von dir zu zeigen. Und die sollte natürlich der Wahrheit entsprechen. Ja, du machst dich für das Foto vielleicht ein bisschen schicker, als du sonst bist, aber dennoch sollte es authentisch bleiben. Und daher ist No-Go Nummer 1, nicht authentisch zu sein. Du fühlst dich verkleidet oder unwohl? Dann kannst du auf dem Bild nicht authentisch wirken. Du verfehlst sogar die Vorteile, die ein Bewerbungsfoto mit sich ziehen, wenn du dich nicht ganz so zeigst, wie du eigentlich bist. Und der Maßstab für das Bewerbungsfoto sollte immer dein eigenes Urteil sein. Und nicht das, was Freunde oder Fotografinnen sagen. No-Go Nummer 2 sind Urlaubsbilder. Wenn du dich für ein Foto entscheidest, wähle es mit Bedacht. Ein Urlaubsfoto ist kein adäquates Bild. Das kann fast dreist und überhaupt nicht fürsorglich wirken, wenn du ein unpassendes Foto wählst. Lass es dann lieber weg. Genauso mit Bildern, die älter als drei Jahre sind oder Bilder nach starker Veränderung. Es geht ja darum, dich wiederzuerkennen. Stichwort Ponyfrisur. Das war No-Go Nummer 3. No-Go Nummer 4 sind Bilder aus dem Automaten. Es ist nicht sonderlich bequem in diesem Automaten. Und ja, ich spreche aus Erfahrung. Also wie sollst du dich da wohlfühlen und authentisch wirken? Wir empfehlen daher, deine Bewerbungsfotos bei einem professionellen Fotografen, Fotografin zu machen. Sie können dich beraten, haben das technische Equipment und wertvolle Erfahrung. Und damit kommen wir zu meinen vier Tipps. Der erste Tipp zum Thema Zeitpunkt. Erstelle dein Bewerbungsfoto, wenn du gerade nicht auf Jobsuche bist. Dann bist du wahrscheinlich entspannter und selbstbewusster. Und das wird man auf dem Foto sehen. Der zweite Tipp zum Thema Outfit. Dein Outfit sollte zum angestrebten Job passen. Wenn du dich beispielsweise als Bänkerin bewirbst, solltest du auf dem Foto auch irgendwie wie eine Bänkerin aussehen. Hör zum Thema Kleidung auch unbedingt unser Expertin-Interview mit Claudia Dick. Sie hat Dinge über das Outfit gesagt, auf die ich vorher noch nie gekommen bin. Was zum Beispiel deine Kleidung über dich verrät und wie du dich zum Vorstellungsgespräch richtig anziehst, erfährst du in der Podcast-Folge mit ihr. Der Link ist in den Shownotes. Und als dritter Tipp, ein kleiner Anhaltspunkt. Schau dir mal die Fotos der Mitarbeitenden deines Zielunternehmens an. Auf der Homepage oder Social Media. Dann bekommst du einen Eindruck vom Dresscode. Und als vierter Tipp zur Orientierung. Kleide dich so und style dich so, als würdest du zum Vorstellungsgespräch gehen. Dann nutzt du auch nochmal den Wiedererkennungswert für dich. So, das war meine Podcast-Folge zum Thema Bewerbungsfoto. Ich hoffe, du kannst nun deine ganz eigene Entscheidung fällen, ob du ein Foto in deine Bewerbung machst, oder ab jetzt vielleicht ein anderes nimmst, oder gar keins, oder auch je nach Stelle. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Hast du Feedback? Ich würde mich über jede Art der Rückmeldung freuen. Schick mir einfach eine E-Mail an hallo-at-berufsoptimierer.de In den nächsten Wochen werden wir dir noch mehr Tipps zum Thema Bewerbung geben. Daher freue ich mich, wenn du wieder reinhörst. Wenn deine Bewerbung bereits fertig geschrieben ist und du von Bastian und mir ein professionelles Feedback haben möchtest, dann schau doch mal in unserem Shop und buche dir den Bewerbungscheck oder die Bewerbungsoptimierung. Der Link ist in den Shownotes. Bis bald und tschüss! Bis bald und tschüss! Bis bald und tschüss!